Der sechste Kölner Leselauf. Am 9. Juni mitmachen, die Leseclubs unterstützen und so helfen, ausländische Kinder zu integrieren. Kinder wie Gamse. Lesen bedeutet für mich Freiheit. Ich kann lesen, was ich möchte und besuche deswegen auch den Leseclub. Die Anmeldegebühr zum Lauf kommt zu 100% an die Leseclubs. Wir freuen uns auf jeden einzelnen Teilnehmer. Infos und Anmeldungen unter www.leselauf.de